Zweite Tischtennis Bundesliga, TV Hildburgstein gegen Bad Homburg, die sind Top-Favorit, dazu Hildburgstein richtig geschwächt, deswegen spielt hier als Ersatzmann Sebastian Hegenberger, dessen Leistung will ich hier in keinster Weise deswegen schlecht reden. Der ist ein wunderbarer Sportler, Top-Spieler, aber es fehlt in Hildburgstein dann halt die Bomben, wenn man zwei Pädote aufgetragen hat, hat eine Angina oder so, und deswegen Hegenberger im hinteren Park Kreuz, gegen die Nummer 3 der Bad Homburger, und das müsste, 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 ich weiß es nicht, anderer Nein, es ist Oehme! Und damit habe ich das letzte Video auch schon wieder falsch kommentiert, und ich habe mir eingebildet, Oehme spielt gegen Der Alte wird immer seniler. Bravo! 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 ambling encrypt отметest du? Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.